Hallo Leute, ich bin Mitte 20 und beschäftige mich seit mehreren Jahren mit verschiedenen Themen aus der Geschichte, Religion, Physik, Philosophie, Soziologie, Medizin und noch vielen anderen Sachen. Auf diesem Kanal werde ich verschiedene dieser Themen zusammenfassen und möglichst verständlich die Grundbasis veranschaulichen. Hinter jedem Thema steckt natürlich mehr. Und wenn du Zeit und Lust hast, kannst du dich näher damit beschäftigen. Aber warum mache ich mir die Mühe? Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus einer selbstverschundelten Unmündigkeit. Das ist ein Zitat von Kant. Dieses motiviert mich, da ich aus eigener Erfahrung gelernt habe, dass je mehr ich über ein Thema weiß, desto leichter fällt es mir, in einer Situation richtig zu handeln. Ein Beispiel. Wenn ich Möbel kaufen gehe und ich sehe, dass ein Tisch um 20% reduziert ist und jetzt 120 Euro kostet und ich weiß, dass genau der gleiche Tisch letzte Woche noch 115 Euro gekostet hat, werde ich darauf anders reagieren, als jemand, der das nicht weiß. Das ist ein einfaches Beispiel, aber ich denke, es veranschaulicht, was ich sagen will. Da ich aber weiß, dass jeder Mensch seine Erfahrungen und Schlussfolgerungen selbst machen muss, werde ich, wie vorhin erwähnt, nur die Grundbasis erläutern. Und wie groß oder klein das Thema für dich wird, überlasse ich dir selbst. In diesem Sinne, sei gespannt, was dich erwarten wird. Euer Hepp.